Sie haben alle Hände voll zu tun. Ihre Zeit ist rar und kostbar. Sie wollen anpacken, etwas bewegen und sich nicht jeden Monat mit Ihrer Buchhaltung oder Steuererklärung aufhalten müssen. Das machen wir für Sie, denn wir kennen uns damit aus. LWB, die Steuerberatung für die Landwirtschaft. Spezialisiert und erfolgreich. Wir unterstützen landwirtschaftliche Klein- und Großbetriebe sowie Forstbetriebe in allen steuerlichen, rechtlichen, wirtschaftlichen, organisatorischen und finanziellen Fragen. Hinter der LWB-Steuerberatung steht die Hanauer Anwalts- und Wirtschaftskanzlei Ludwig-Wollweber-Bansch, die auf eine über 200-jährige Tradition zurückblickt. Mit persönlichen Wurzeln in der ländlichen Umgebung. Deshalb können wir über die steuerliche Beratung hinaus alle unternehmensrelevanten Beratungsleistungen mit einem Pool von insgesamt 120 Mitarbeitern aus einer Hand anbieten. Von der Gründung über die Expansion bis zur Unternehmensnachfolge. Von der Vermögensberatung bis zur Rechtsberatung. Zum Ausbau unseres Teams suchen wir stets engagierte und motivierte Mitarbeiter für unser Unternehmen. Wir bieten abwechslungsreiche Arbeit mit Anspruch und hohem Niveau, interessanter Mandantschaft sowie vielseitige Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. LWB – Kompetenz und Leidenschaft für die Landwirtschaft.